Liebe Schmetterlingsinteressierte, im Vielfalter-Tagfalter-Monitoring beobachten, bestimmen und zählen ehrenamtliche Beobachter und Beobachterinnen Tagfalter. Sie machen das gemeinsam mit Forschenden des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck. Die von allen Menschen gern gesehenen Schmetterlinge reagieren schnell und sensibel auf Veränderungen ihres Lebensraums. Sie eignen sich daher ausgezeichnet als Indikatoren zum Biodiversitätsmonitoring. In diesem MOOC lernst du, was ein Biodiversitätsmonitoring ist und warum es wichtig ist, was ein Tagfalter-Monitoring ist und wie es funktioniert, wie du dich selbst aktiv am Tagfalter-Monitoring beteiligen kannst und wie du die wichtigsten Tagfaltergruppen unterscheiden kannst. Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse. Bei einer Einführung in die Bestimmung von Tagfaltern lernst du die wichtigsten Gruppen und einfach zu bestimmende Arten kennen. Deine Artkenntnis kannst du dann spielerisch mit einem Quiz überprüfen und vertiefen. Wir geben dir auch eine Anleitung, wie du die Tagfalter in der Natur beobachten kannst und wie du deine Beobachtungen dann online einträgst. Wir, das sind Johannes Rüdisser, Petra Schatterneck und Peter Huema. Nach deiner aktiven Teilnahme an den zwei Online-Modulen schließt du den Kurs mit einem persönlichen Gespräch mit uns ab. Bei diesem Gespräch, das zumeist online per Videotelefonie erfolgt, möchten wir dich ein wenig kennenlernen und können wir auch gerne noch offene Fragen beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank.